Sag mal, wir wollten uns doch hier treffen. Warum liegt hier eigentlich heu? Moin Moin! Den Luke habt ihr ja schon kennengelernt. Willkommen bei der Reiterstaffel. Ich bin der Dennis. Wir sind hier bei der Reiterstaffel der Bundespolizei. Wir befinden uns hier in Starnsdorf bei Berlin, was auch der einzige Standort der Reiterstaffel von uns ist. Die Reiterstaffel wurde bereits 1950 gegründet, damals noch in Berlin, bis dann 2003 die Übernahme in die Bundespolizei erfolgte. Wir haben hier 16 voll ausgebildete Dienstpferde und sieben weitere befinden sich derzeit in der Ausbildung. Wir sind jetzt hier in der Reithalle. Im Hintergrund ist der Gewöhnungsparcours aufgebaut. Und hier lernen die Pferde mit dem umzugehen, was sie später am Einsatz erwarten wird. Karlsruhe Untertitelung des ZDF, 2020 Bei unseren Aufgaben unterstützen wir unsere Kollegen unter anderem in der Verbandspolizei, in der Luftsicherheit und im Objektschutz. Unsere Pferde leisten im Einsatz einiges, deshalb gibt es zum Anschluss ein Wellnessprogramm zur Regeneration. Solarium inklusive.